Hey Leute und herzlich willkommen hier zurück bei The Last of Us und wir sind jetzt auf der Suche nach Aldi Komm 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 weg Was willst du von mir? Du bleibst hier So Das Mädchen Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen Jetzt zieh mich an sie her Ich hole dir die verdammte Knie-Schreibe raus Das Mädchen Sie lebt Sie ist Davids neues Spielzeug In der Stadt In der Stadt Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen Es ist hoffentlich derselbe Punkt auf den dein Kumpel zeigt Mach schon Da ist es Er bestätigt das Frag ihn doch Na los Ich lege nicht Verdammte Scheiße Mann Er hat dir doch alles gesagt Von mir erfährst du ein Scheißdreck Von mir erfährst du ein Scheißdreck Ist schon okay Ich glaube ihm Nein Mach schon auf Na los komm Hör auf damit Ich hab dich gewarnt Ich bin infiziert Ich bin infiziert Wirklich Und du auch Genau da Roll den Ärmel hoch Guck's dir an Ich mach das Spiel mal mit Was hast du nochmal gesagt Nichts passiert ohne Grund Was zur Hölle ist das Sie wäre längst verwandelt Die will uns nur verarschen Für mich sieht's verdammt echt aus Und jetzt spielen wir Jetzt spielen wir wieder Ellie Mann Was ist denn bloß los mit denen Alter Und sie hat jetzt Den Typen gewissen Und das heißt eigentlich Scheiße Und das heißt jetzt eigentlich Dass Er auch infiziert ist Und sich mal verwandeln wird Aber ich hab jetzt keine Ahnung Wo ich lang muss Hä Das ist hier so Stürmisch Ah hier rechts Oh Ne komm hier unten Ach hier Ich brauch ne Waffe Ja dann such dir ne Waffe Mädel Was ist das? Wohin damit? Kann ich damit Kann ich damit raus? Ne geht nicht Ähm Achso Einfach nur wegräumen War Damit ich hier unten durch kann So Jetzt sind wir hier In so ein Zoo-Geschäft Und Na super Weil jetzt wissen sie Dass sie infiziert ist Aber das war auch geschickt Gemacht von Ellie Muss man dazu sagen Denn jetzt wissen sie Dass sie Nein So vorhin Denn dann Wussten sie Alter Was ist denn das? Ja komm Da ist ja nur ein Kind Das ist Das ist doch nicht normal Zu viel gehen die auf einen rauf Wie soll ich denn das anders machen Was zum Teufel? Ich sag das schon seit Monaten Machen wir klar Schiff Dann gibt's So Jetzt haben wir erstmal ne Waffe So Wann ist ja hier weiß Also würdest du uns nicht gleich sehen Also werden die uns Wenn die mich nicht gleich sehen Aber ich muss aber auch Irgendwie hier raus kommen Okay Und ich glaube ich gehe In der richtigen Richtung So 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 Ich gehe jetzt mal hier hoch Wo lang Wo lang Ja Das frage ich mich gerade auch Ja Oh Mach nur weiter so Du wirst es bereuen Oh Mach nicht mehr da Scheiße Scheiße Nein nein Oh Scheiße Scheiße Komm 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 Wer schießt denn auf mich Wer hat denn da auf mich geschossen Ey Scheiße Ist das schwer Alter 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 schwede bin ich hier richtig der reinste Irrgarten komm rein, ey rein wo soll ich hin da ist einer scheiße wo sind sie na oh oh na super ich hab Mann, ich weiß doch selber nicht, wo ich hinlaufen soll was sind sie jetzt so ach, hier bin ich jetzt ich laufe mal diesmal unten lang hier bin ich Was ist das? Was war denn das? Ich wollte doch mit Messer machen. Oh, so ein Kack. Also links ist schon mal scheiße. Aber ich... Ähm. Aber ich muss... Ich muss links. Hm. Wo hat die... Warum die mich nicht schon wiedersehen? Hier drüben! Ja, super! Ja, das ist perfekt! Das ist echt cool! Meine Güte! Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, das könnte einem echtes Problem werden! Oh! Nee, falsch! Ja! 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 Das ist so... Das ist so... Cool! Aber ich muss ja hier durch dieses Spiele-Paradies... Ich glaube, das kann zu einem echten Problem werden! Wir haben schon ein Problem! Wir haben schon ein Problem! Ja! 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 Mann Mann das ist doch nicht normal ich schaff das nicht das sind einfach zu viele und ich Junge 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 ja mhm ja 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 Und Spritten! Komm, Mädel! Lauf einfach mal da lang. Oh, es ist arschgeist. Puh. Ich hoffe mal, ich bin hier... Oh Gott. Jetzt euer Ernst? Obwohl, ich kann doch hier um. Komm rein. Ich glaube, hier bin ich richtig. Hier schön Kräler zu sein. Und ja, bevor ich dann weitermache, sehen wir uns dann im nächsten Part. Da hat jemand gehört. Ist aber nicht so. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Jogsbay. Und bevor wir da durchgehen, verabschiede ich mich. Tschaui.